Seit einiger Zeit auf dem Drei Ländereck beheimatet, dort auf der Anlage unter den Fittischen von Anziträdern hoch erfolgreich in dieser Saison, unter anderem siegreich in der WB-Bahn-Kampfqualifikation auf den Immenböken und Päktorenrunden international bei CMAI und Donaueschengel gestern ebenfalls zwei Pferden im Städten vertreten. Heute satzt er auf Marco Junior Giers, Thomas van Drei Ländereck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020